Willkommen zurück bei Watch Dogs, dem Vorzeige-Open-World-Spiel, so zumindest, wünscht sich das Ubisoft, die dieses Spiel programmiert haben. Wir haben auch alle relativ lange drauf gewartet. Das Ergebnis ist ziemlich gut, aber irgendwie auch ein wenig ernüchternd, denn ein Last-Gen-Titel, nämlich GTA 5, hat es besser gemacht. Aber es macht Spaß, Watch Dogs ist ein gutes Spiel und es lohnt sich auch, es zu kaufen. Aber nun denn, das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe es mir gekauft und bin auch ganz glücklich damit. So, wir folgen nun wieder der Kampagne, nachdem wir letztes Mal, was war denn letztes Mal? War irgendwas, ne? Wir haben ein bisschen Kampagne gemacht und ein bisschen Fixer-Auftrag. Und nun geht's ab in den Knast und wir sind auch alle gespannt, was erwartet uns da. Woooo, Slow-Mo. Ich denke nur nie dran. Eigentlich ist es auch fast schon Betrug, dieses Slow-Mo. Aber irgendwie auch stylisch. So, wir sind auch schon gleich da. Huch. So, dann parken wir mal gemütlich hier. Und hier sind wir. Ich dachte zumindest, dass wir irgendwie in sein Gefängnis müssen, aber eventuell habe ich mich auch geirrt. Ich weiß jetzt, warte mal, wie heißt denn denn diese Kampagne in Schale geworfen? Naja, jetzt schauen wir mal. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Los geht's. Kaelin Correctional Center. Vor kurzem haben die da alles erneuert, mit Looms neuster Technik. Netzwerk-Loks, automatisierte Überwachung. Wäre sie der Typ in einem älteren Gefängnis, hätte ich ein Problem. Aber hier hat Bloom recht. Ihre Technologie erleichtert das Leben. Halt! Waffe weg! Runter auf den Boden! Hände hinter den Kopf! Los! 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 Sagt Jody, dass wir kletzend. Nicht bewegen! Piers! Azen! Never again! Smith! Entkommen sie aus ihrer Zelle. Okay, wir haben den typisch orangenen Knast-Overall an. Ich glaube, in Amerika ist das eben so. Obwohl, sind sie dann nicht alle gestreift? Naja, egal. Wir sehen uns mal um. Du wirst es erst sehen, wenn es dir zwischen den Pünterblättern steckt. Ja, ja. Jetzt rein da! Ich bekomme 20 Minuten Kündig, scheiße Herr. Voll nicht rum. So. Hallo Kamera. Ah, cool ist doch das. Hier, das muss ich hacken anscheinend. Hm. Ah, shit, shit, shit. Komm schon. Das muss ich hacken, ne? Aber der geht nicht dahin, wo ich hin will. Geht überhaupt irgendjemand dahin, wo ich hin will? Na, komm, geh doch ins Büro rein. Vielleicht der. Ich meine... Oh, Palla. Ne, ich wollte eigentlich zu ihm. Jetzt kriege ich ihn nicht mehr gefasst, ne? Vielleicht mit dieser Kamera. Nein, er ist außerhalb des Blickwinkels. Aber vielleicht mit dem da unten. Hm? Was ist denn das? Das macht irgendwie nicht so Zicken hier. Was soll denn das? Vielleicht komme ich von hier, hier oben rein, wenn ich jetzt zoome. Nein. Aber er jetzt geht jetzt vielleicht da rein. Ne, das kann natürlich sein. Cool, hier ist ne Kamera. Jawohl, jetzt bin ich drin. Uiuiui, das wird schwierig, ja? Leute. Ei, 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 ei. Kann ich den jetzt trotzdem tot prügeln quasi, oder? Der kommt doch bestimmt jetzt zurück. Mhm. Ja, ich wurde gesehen. Mission gescheitert. Ach so. Ich darf also auch nicht entdeckt werden. Alles klar, ich hab verstanden. Probieren wir das Ganze doch gleich noch einmal. Ich denke mal, die Tür wird jetzt offen sein. Diesen Schritt werden wir nicht mehr gehen müssen. Mhm. Hier ist er. Der gute Mann, hier ist er. Oh, scheiße. Okay, ich muss da echt. Ja, ich hasse solche Schleich-Styles-Geschichten. Äh. Nochmal. So. Ja, ich muss da echt. Okay, weiter geht's. Ab zum nächsten. Wieder zum nächsten. Hier hin. Wer hat mich da gesehen? Niemand. Aber fast. So, muss ich jetzt eigentlich nach unten, oder wo muss ich hin? Oder muss ich jetzt einfach bloß? Ich weiß nicht, wo ich hin muss, Leute. Aber ich vermute einfach mal... Hier. Oder ich hoff's zumindest auch ein bisschen, nee. So, die nehmen wir mal auf. Die elektronischen Teile. Hier ist ein Laptop. Damit wir mit dem was anfangen können. Oh, Vorsicht. Oh, Vorsicht. Dreh dich um, Mann. Dreh dich um, Mann. Dreh dich um, Mann. Und das muss ich jetzt nicht wegkriegt werden. Wir kümmern uns um die Verregelung. Wir kümmern uns um die Verregelung. Was verdammt. Meine Aufgabe lautet, wähle Bürgermeister Rushmore. Dein Scheiß. Für Blooms Geschäftsmodell ist es wichtig, dass das Wiesel wiedergebild wird. Also, Alain, Bord des Rushmore-Zugels. Scheiße, hört euch das mal an. Wenn es Ihnen wie mir geht, haben Sie genug von Angebern und Pranern. Wir befinden uns an einem Scheideweg. Ein Weg führt in den wirtschaftlichen und sozialen Ruinen. Auf dem anderen läuten Sie mit mir ein neues Zeitalter für Chicago ein. Na. Okay. Wunderbar. Ich glaube, wir können das jetzt entriegeln. Soweit haben wir es jetzt schon mal geschafft. Besitz versteckte Kamera. Ist das nötig? Ja, das war wohl nötig. Das Ganze zu entriegeln. Wenn ich jetzt hier reingehe, bin ich am Arsch, ne? Da kommt er bestimmt gleich zurück. Hoffe ich zumindest. Na, komm schon. Gut, ich könnte ihn natürlich auch platt machen. Ja gut, wie soll ich das machen? Ich komme da rein und dann, wenn ich überhaupt reinkomme, ne? Könnte auch abgeschlossen sein. So, jetzt. Ah, das hätte ich noch hacken müssen, ne? Komm schon, dreh dich um. Dreh dich um, mein Freund. Dreh dich um. Boah, schon wieder verpasst. Scheiße. Jawoll. Okay. Hier fangen wir an. Oh, das hat man nur gewisse Zeit. Alles klar. So, viel dazu. Jetzt muss ich das noch ein bisschen umleiten. So, und so. Jetzt müsste es ja eigentlich geschafft haben, ne? Wenn ich mich nicht irre, hatte der Typ seinen eigenen Picasso im Gesicht. Hässlich, wie die Nacht. Aber leicht zu erkennen. Er ist irgendwo hier oben. Hier auf dem Dach. Das ist ja auch ein krasses Gefängnis. Mitten in der Stadt. Hier ist der Hof. Schauen wir mal, ob ich ihn finde. Na, der bin ich noch zu hoch. Ich denke mal, dass ich hier mich in die Kamera von... ...unser Gefangentransportschlug fehlt. Also bist du Plan B. Und was sollen wir vielleicht tun? Was immer es braucht, damit der Kerl redet. Alles klar. Hm. Ja, verstehe. Wir haben natürlich auch Verbündete hier drin. So, wo bist du, mein Freund? Wo bist du? Eigener Picasso im Gesicht. Ich gehe mal davon aus, dass er damit meint, dass er ziemlich tätowiert ist. Im Gesicht. Du bist es auf jeden Fall mal nicht. Oder? Nö. Hier wäre dann auch noch eine Kamera, die ich vielleicht brauche, weil... Ja, nehmen wir mal, hier. Hallo. Und wie kriege ich dich jetzt vom Dach? Ich habe ihn wohl gefunden, ne? Zeigt Verbesserung in Therapie. Wer will, dass ich verlegt werde? Wer seid ihr? Wo ist mein Anwalt? Wo gehen wir hin? Antwort auf mir! Zeig mir! Die Verbiere! Wo ist mein Anwalt? Wir bringen dich zu deinem Anwalt! Nicht! Nachdem wir mit dir fertig sind... Ich gehe nicht mit zum Korrupten! Halt dein Scheiß! Wow! Verdammt! Ich muss ihn erreichen, bevor sie ihn töten. Erreichen sie den Überlebenden im Untergeschoss. Fuck! Keller! Die sind im Keller! Scheiße! Erwischt! Aber wen interessiert's? Wir versuchen es gerade nochmal. Mal einen Schluck trinken. So. Na? Komm schon! Rein mit dir! Rein mit dir! Rein mit dir! Wunderbar! Anscheinend wird irgendeine echt krumme Sache von diesem Laden ausgeleitet. Sieh dich an, bringst ordnung zurück ins Gefängnissystem. Die Tür steht offen. Und die Etage ist leer. Es wurde kein stiller Alarm ausgelöst. Pass auf! Was wolltet ihr zwei kleinen Fische denn da im Stadion? Ohne uns ein Ding drehen? Denkt ihr, wir hätten keine Freunde da oben? Die wollen auch ihren Anteil! Nein! Ich, ich, ich sag's doch! Es war kein Ding! Wir wurden gerufen, Mann! Wir wurden reingelegt! Lüg mich nicht an! Wir haben dich doch gewarnt! Glaubst du, wir machen dich nicht kalt? Ich, ich kann das nicht mehr! Ich, ich sag euch, was ich weiß! Ich schwöre! Bitte, Mann, ich schwöre! Oh je, meine... Was ist passiert? Wo ist er jetzt? Maurice? Ich weiß es auch nicht, wie die Haft ist. Wer sind Sie? Ich meinte es, hätte ich noch mal! Sie ist wie ein Laden! Sie ist wie ein Laden! Aber du hast mich hingesehen, oder? So, ich denk mal... Wo geht's hier eigentlich hin? Nirgends wahrscheinlich, es bleibt zu, ne? Ja, ich denk mal, dass ich das jetzt... Ja, ja, das ist sehr realistisch. Egal! Willst du wirklich im Leichensack nach Hause vorn? Oh, ruf den Not an! Dein Verlust! So! Mach dir selber nicht das Leben schwer! Ich mach mir gar nichts schwer! Aus der Schusslinie! Ah! Noch kannst du dich entscheiden! Geht ihm den Weg ab! Aus der Schusslinie im Leichensack nach Hause vorn! So war das nicht gedacht! Super! So! Anni! Wir machen jetzt alle fertig! Ich brauche Verstärkung, jetzt! Scheiße! Na, komm schon hoch! Mit deiner Rübe, komm schon! Keine Probleme! Schick euch vor! So! Wo ist noch einer? Wo ist... Du bist als einziger übrig, mein Freund! Oh, wer ist das? Oh, shit! Boah, scheiße! Komm, nachladen, nachladen, nachladen! Also irgendwie, dass er jetzt einfach nur dumm rumsteht, ist natürlich nicht so cool. So, jetzt lade ich auch mal nach. Wann ist der eigentlich am Arsch? Schließt er mal. Schießt mal der Magazin leer, so. Wow, da ist ja noch einer. Da sind ja noch welche. Okay, da sind aber keine extrem gepanzerten. Das sollte ich dann doch noch hinkriegen. Der ist tot, ja? Gut. So. Leute, Leute, Leute. Hier geht was ab, hier geht was ab. Gibt's hier noch was zum Einsammeln? Nein, aber zum Sprengen. Ist schon gesprengt anscheinend. Bisschen Kohle. So. Hm. Okay, hier geht's weiter. Hilfe! Irgendjemand! Ruhig. Du bist hier? Wie bist du reingekommen? Es war... eigentlich ganz einfach. Diese Hightech-Sicherheitsgefängnisse... Wir machen es einem echt leicht. Kennen wir uns? Was? Kennen wir uns? Nein. Ich hab dich nie gesehen, Mann. Mhm. Ja, das dachte ich mir. Also du... sitzt hier 60 Tage. Bei guter Führung bist du in 30 draußen. Ah! Ah! Kannst du das lesen? 60 Jahre? Was tust du denn, Mann? Ich zeig dir eine alternative Zukunft. Weil du deine Geschichte unbedingt... den Bullen erziehen willst. Oder ein Deal mit ihnen machst. Wir verstehen uns. Ich brauche eine Einheit in der Wäscherei. Wir haben den Kontakt verloren. Okay. Nimm dran. Uiuiuiuiuiui. Sorry. Erledigt. Fantastisch. Jetzt willst du schnell wieder da raus. Ich hab dir schon ein kleines Päckchen geschickt. Wohin? Oh, ich wirst sehen. Na, da bin ich mal gespannt, ob wir hier einigermaßen unbehelligt von Dannen ziehen können. Ich kann es mir aber mal auf jeden Fall nicht vorstellen. Ah, die üblichen Klamotten wieder. Fein. Achtung an alle Einheiten. Der Verdächtige wurde gesichtet. Einsatzteam erbittet Verstärkung. Okay, hier ist ein bisschen Polizei. Hm. Okay. Amen. Und Leute, habt ihr für Rushmore gestimmt? Wenn ja, sorry, meine Schuld. Das ist echt völlig abgebildet. Als wir uns die Bevölkerung vornahmen, kannten wir die Zahlen, die wir für einen Sieg brauchen. Und das WPUS hat berechnet, welche Botschaften wir den Menschen wach und wo zeigen müssen. Nicht unterschwellig, sondern klartig. Gott, sogar ich hab für ihn gestimmt. Natürlich auch. Oder das Management verlangt. So. Moment mal. Wollt ihr mal was zusammenbauen? Ich weiß nicht mehr, wie das ging jetzt gerade. So, vielleicht Fähigkeiten bauen, Fortschritt hier irgendwo was bauen, was bauen, was bauen. Nee, hier war das nicht, ne? Hier war das, glaube ich. Hier so eine Sprenggeschichte bauen. Herstellen. Ja, dafür habe ich ja auch alles anscheinend. So. So. Ein paar Splittergranaten, die sind ja dringend notwendig. Und nun, los geht's. Jetzt kommen wir hier runter. Oh shit, 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 schneller, 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 schneller. Jetzt schnapp ich dir. Dann schnapp ich dir. Nein, halt, Husten. Oh, fuck, ein Treffer. Dann schnapp ich dir. Halt, sofort. Shit. Leute, ich will hier raus. Hier geht's raus. So, und nix wie los. Nix wie los, Leute. Nix wie los. Bam. Oh, das war unklug. Das war unklug. Schnell weg. Ah, cooler Brunnen hier, hm? Achtung, Schreifer, kommt auf euch zu. Wow, shit, 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 shit. Ich muss mich, oh, um die Ecke, um die Ecke. Oh, da kommen sie auch. Oh, das wird nix. Leute, ich bin am Arsch. Leute, ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch, Leute. Ich bin am Arsch. Nochmal. Hei, 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 hei. Ich darf das Auto nicht verlassen. Vor allem nicht irgendwie quer durch irgendeinen Garten stolzieren. Achtung an alle Einheiten. Der Verdächtige wurde gesichtet. Einsatzteam erbittet Verstärkung. Ja, ja, also muss ich das Ganze hier wieder machen. Achtung. So. Dann nehmen wir den Audio-Log. Den nehmen wir auch. Den brauchen wir gar nicht mehr. Ist wohl abgespeichert. Was ist denn hier? Nix. Gerade mal kurz gucken. Die Splitter-Dinger habe ich noch nicht gebaut. Das werde ich jetzt mal kurz machen. Was ist das eigentlich? Moment. Moment. Wie kann ich das auswählen? Hilfe. Jetzt. Was ist das? Zur Herstellung ein Gem-Com. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Und der ist ein Köder. Und das ist ein Blackout. Okay. Ach so. Ich muss ja hier noch entriegeln. So. Und jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Und los geht's. Und weiter geht's. Und hier nochmal runter. Und dann, glaube ich, haben wir auch schon den Ausgang erreicht. Naja, das ging doch diesmal vom zweiten Mal viel besser. Hier lang. Und hier fett über die Rampe. Oh, 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 oh. Jawohl, ja. Oh. Oh je, meine. Oh je, meine. Oh je, meine. Das hat ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Jetzt muss ich nur noch hier aus diesem Radius entkommen. Aus diesem recht großen. Scheiße. Das hat sich jetzt auch wieder erledigt. So, aber nun. Keine Chance, dass er uns entkommt. Jetzt, 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 doch. Gute Chancen. Gute Chancen, dass ich ihn komme. Bin nämlich jetzt gleich aus dem Radius raus. Jawohl. Zeitverschwendung, er ist weg. Wir drehen um. Der Plan hat echt funktioniert. Meine Identität ist sicher. Jetzt, Solinas Mörder. Ich will den Verantwortlichen. Damien schwafelte von einem zweiten Hacker. Jemand, der auch im Melo war. Hm. Ich muss herausfinden, was Damien weiß. Wir haben es geschafft. Und jetzt, der Telefonanruf. Aiden, das war ein sehr unschönes Treffen. Immerhin lebst du was? Wir waren mal Freunde. Ich hab dir so viel beigebracht. Sieh dich an, du bist ein super Hacker. Bist du das in den Nachrichten? Der Rächer? Du erwähntest deinen zweiten Hacker bei Melojo. Aber wir wussten schon, dass es noch einen gab. Du hast also was Neues. So, Dorfzentrale, bitte nennen Sie die Art Ihres Notfall. Ich will endlich jemanden hier raus, okay? Worte. Jetzt wurde dieser Telefonanruf einfach unterbrochen. Ich hab gedacht, ich muss mir hier diesen geilen Karre einfach mal schnappen. Und was ist? Ich mach's direkt mal kaputt. Verdammt. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich komm da nicht mehr rechtzeitig raus. Ich komm... Na... Ein Hochleistungswagen wurde dem Verdächtigen hinterher geschickt. Ein Hochleistungswagen. Na, fein. Kannst du knicken. Kannst du knicken, mein Freund. Kannst du knicken. Ups. Komm weg. Boah, aber schwer zu kontrollieren, dieser Bespen-Brotzen da. So, entkommen, ha? Zeigstelle, hier spricht 821 Adam. Wir kommen heim. Ein Update zu unserem Bericht über den Ausbruch aus dem Chicago Correctional. Die Gefängnisleitung veröffentlichte Aufnahmen... So, jetzt ruft er wahrscheinlich wieder an und wir können uns dieses... Ja, dachte ich mir. Immerhin lebst du nicht. Wir waren mal Freunde. Ich hab dir so viel beigebracht. Sieh dich an, du bist ein super Hacker. Bist du das in den Nachrichten? Der Rächer? Du erwähntest deinen zweiten Hacker bei Melojo. Aber wir wussten schon, dass es noch einen gab. Du hast also was Neues. Ah, spannend, oder? Komm, triff mich und ich erkläre es. Erzähl's mir. Dann treffen wir uns vielleicht. Oh nein. Meine Information, meine Regeln. Außerdem müssen wir das letzte Mal wieder gut machen. Ich bin aufgeregt, Aiden. Komm, Ball. Na, okay. Na dann. Das machen wir. In der nächsten Folge von Watch Dogs. Diese war ja sehr ereignisreich. Wir haben uns ins Gefängnis einliefern lassen. Und sind da spektakulär wieder ausgebrochen. Aber die Sache mit diesem Zeugen ist auf jeden Fall geregelt. Es war nämlich eigentlich gar kein Zeuge. Es wurde Druck gemacht auf ihn, dass er das sagt. Dass er uns gesehen hätte. Wir haben auch Druck gemacht. Und nun sagt er es nicht mehr. Das ist also gut. Damien will uns jetzt auch treffen. Wir gehen das nächste Mal zu ihm. Beziehungsweise, ich glaube, wir müssen mal wieder was für unseren Ruf auch machen. Von daher, das nächste Mal werden wir hier irgend so eines dieser fixe Aufträge, beziehungsweise eine fixe Aufträge ist scheiße. Wir müssen gucken, dass wir ein Verbrechen wieder erkennen und dieses Verbrechen vereideln. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Aquainers. Ciao. Ciao! Amen.